Heute nehmen wir euch mit auf ein ganz besonderes Abenteuer auf unserer Weltreise. Wir tauchen die faszinierende Unterwasserwelt von Uthiya ab, dem zweitgrößten Korallenriff der Welt. Diese Erfahrung ist einfach unbeschreiblich und wir können es kaum erwarten, sie mit euch zu teilen. Wie sind wir überhaupt darauf aufmerksam geworden? Wieso wir nicht auf der benachbarten Insel Roatan tauchen? Wie haben wir es geschafft, als absolute Anfänger in eine Tiefe von 18 Metern abzutauchen und das noch zu einem unschlagbaren Preis? Unsere Abreise begann von Omoa aus, wo wir eine Woche lang einen unglaublichen Walk-Away-Aufenthalt hatten. Das Video dazu kannst du bereits ansehen. Von Omoa nahmen wir den Bus nach Porto de Cortes. Für 1 Euro pro Person. Tickets haben wir im Bus gekauft. Weiter ging es mit dem Shuttle nach San Pedro Sula für 2,50 Euro. Tickets ebenfalls im Bus gekauft. Im San Pedro Sula Bus zertet man erst mal problemlos Geld abgehoben, da man fast überall mit Cash zahlen muss. Tickets haben wir diesmal an der Kasse gekauft für 7 Euro pro Person nach La Seva. Und auf diesen Fahrten wirst du nie hungrig sein. Verkäufer steigen regelmäßig in die Busse ein. Betalia wollte ich hier oben aufwachen, aber ich habe die eine Heimisch beobachtet. Die reißt das hier ab. Alles ist vorhanden. In La Seva haben wir ein Taxi für 10 Euro genommen, um zur Fähre zu gelangen. Das heißt nun, warten auf die Fähre, die nur zweimal am Tag ablegen. Die Tickets für die Fähre konnten wir online kaufen, für 28 Euro pro Person. Jetzt nur noch eine Stunde Fahrt mit der Fähre und wir sind da. Vor Ort hat uns ein Mitarbeiter vom Altel empfangen. Nach neun Stunden sind wir endlich angekommen. Wieso tauchen wir auf Uthia? Grund Nummer 1, es ist ein Tauchparadies. Die Insel ist bekannt für ihre erschwinglichen Tauchmöglichkeiten und erstklassige Ausbildung. Nicht zuletzt bestand die Möglichkeit, den Kurs auf Englisch zu absolvieren. Wir haben uns für das Uthia Dive Center entschieden. Neben dem Tauchparadies Uthia gibt es noch die benachbarte Insel Rortan, auf dem das Tauchen ein Vergnügen ist. Jedoch sind die Kosten schieben das Doppelte höher. Am Ende ist es ein Ablegen immer zwischen Preis- und Leistungsverhältnis. Wir haben uns die Insel dennoch angeschaut und waren begeistert von dem Ort. Guten Morgen, es ist 7 Uhr früh und diesmal gehen wir nicht zu Finca, sondern zum Tauchen. Unser Tagesablauf war intensiv und aufregend. Am ersten Tag begannen wir mit der Anmeldung und dem Ausfüllen verschiedener Dokumente. Anschließend wurden wir von unseren Ausbildern abgeholt. Unsere Gruppe bestand aus sechs Personen und zwei Ausbildern. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurden wir sofort in die Welt des Tauchens eingeführt. Wir mussten mehrere Kapitel durcharbeiten und nach jedem Abschnitt einen Test schreiben. Uns wurden Material auf Deutsch bereitgestellt, da wir Schwierigkeiten mit den Fachbegriffen haben. In unserer zweiten Stunde. Heute gibt es neben der Theorie auch die erste Praxisstunde. Ich hätte gedacht, dass Tauchen so kompliziert ist. Ich nicht. Ich schaue. Im Theoretischen Test bin ich durchgefallen, habe ich nicht 80 Punkte gemacht. Wusste nicht, dass man 80 Punkte überhaupt erreichen muss. Das ist also Multipli-Choice-Zes. Dann hatte ich die so, und dann? Mach es nochmal. Ich habe das gleiche Blatt nochmal zugeschoben, kreuz es nochmal an. Ja, dann habe ich es geschafft. 80 Punkte, ich hatte immer noch zwei Fehler. Hier konnten wir das Gelernte in einer Tiefe von 1,50 Meter in die Trass umsetzen. Von der Entfernung der Maske bis zum Teil des Reserberwohnstücks mit unserem Tauchpartner wurden verschiedene Techniken geübt. Für mich war die Situation unter Wasser etwas überwältigend und sprach die Übungen ab. Die Lehrer hatten aber zum Glück Verständnis dafür, es kommt häufig davor und ich konnte das am zweiten Tag nochmal nachholen. Ich bestand die Übungen und habe damit meine Komfortzone erweitert und das war das super angefühlt. Yeah. Und hätte ich das gar nicht gewollt, hätten wir auch ein Teil des Geldes zurückgehalten. Unter Wasser waren wir immer mit vier Ausbildern und sechs Teilnehmern. And guys, how do you feel? Good. Good? Good. Nice. Kommunikation zwischen Ausbildern verliebt zu 100% reibungslos und wir haben uns stets sicher gefühlt. Am Ende waren wir alle erfolgreich und schlossen den Kuss mit einem Gefühl der Erleichterung und Freude ab. Einige haben gleich im Anschluss den Open Water Advanced für 30 Meter Tiefe gebucht. Wir haben aber erstmal eine Pause gebraucht. Wie haben wir eigentlich unseren Dive-Center gefunden? Ich habe in Google Maps nach hoch bewerteten Tauchaktivitäten gesucht und stieß dabei auf das Ultia Dive-Center. Nach durchlesenden Bewertungen sind wir auf die Webseite, die sich als äußerst benutzerfreundlich erwies, raufgegangen. Über WhatsApp nahmen wir Kontakt auf. Die Kommunikation verlief reibungslos und wir erhielten alle benötigten Informationen. Besonders beeindruckend war, dass unser Hotelaufenthalt bereits im Preis inbegriffen war. Auf und hier selber gibt es aber noch weitere Schulen. Man hat einen sehr großen Aufwand. Aussagen über die Qualität können wir jedoch nicht treffen. Beim Reisen sind die Kosten ein nicht zu vernachlässigter Punkt. Es gibt zwei ATMs in der direkten Nähe des Hafens. Mit unserer Visitenkarte mussten wir keine Gebühren zahlen. Und nun zu den tatsächlichen Kosten. Die Fähre ist bequem, geräumig, klimatisiert und mit WLAN. Mit 25 Euro per Person in eine Fahrtrichtung und zusätzlich bei eurer Inselsteuern kann es schon kostenintensiv werden. Sobald wir auf Utila angekommen sind, konnten wir unsere Kosten deutlich minimieren. Die Tuk-Tuks, Haupttransportmittel auf der Insel, liegen im Bereich von 1 bis 2 Euro. Die Insel ist vielleicht zu raten um einiges kleiner und man kann nur ein Drittel begehen. Sechs Nächte in Mango-In-Hostel, Zimmer A4 Betten mit dem Tauchkurs haben uns 682 Euro gekostet. Und jetzt kommen wir zum leckeren Teil. Beim Essen liegt die Preisspanne weit auseinander von 2 Euro bis 20 Euro. Aber das Gute ist, dass die Lokale alle nebeneinander liegen und man schnell einen Überblick bekommt. Man kann die Insel mit einem Rollerkunden für 25 Euro pro Tag haben wir es in unserer Schule ausgeliehen. Insgesamt haben wir für unseren Utila-Aufenthalt 1.090 Euro bezahlt. Sehenswürdigkeiten! In Utila ist dein Weg nicht nur eine Aktivität, sondern ein Lebensstil. Auf dieser Insel findest du coole Leute jeden Alters. Und wenn du nach Abgeschiebenheit siehst, genieße die Ruhe an wunderschönen Stränden. Das ist praktisch der Anfang des Cheapes Beaches. Dann habt ihr hier diesen Eingang zu der Nettenfähre. Wir haben die ganze Insel in nur einem halben Tag auf dem Rollerkunde. Wenn nicht tauchen oder schnorcheln wird, könnte es etwas langweilig werden. Es gibt jeden Tag eine Party, von der jeder spricht. Aber eine große Auswahl ist hier definitiv nicht zu erwarten. Und vergiss nicht die Insel-Serieswürdigkeiten. Den Pumpkin-Hill. Ein ziemlicher Weg zum Küchenpunkt auf der Insel. Die Schokoladenfabrik. Du weißt es genau, heute geschlossen. Nachdem du den Kurs abschließt und deine Tauchlizenz zum Open Diver erhältst, erwarten dich die Fun Dives. Definitiv unser Highlight. Hier geht es einfach nur um Spaß. Wenn die Sonne langsam untergeht, wäre die Standzeit umso beeindruckender. Wir konnten es einfach nicht satt sehen. Unser Fazit. Utir ist der perfekte Ort, um tauchen zu lernen und das Leben unter Wasser in vollen Zügen zu genießen. Zum erschwindlichen Preis. Yeah, genau. Und für uns geht es als nächstes nach Roatan hin, wo wir zwei Tage verbringen und wir waren echt begeistert von dieser Insel. Hoffentlich sehen wir dich im neuen Video wieder. Bis dahin. Hasta luego.